Eva Kühn vom Loslassen Immer, wenn ich mit Euch bin, erfasst mich dieser Strom, der mich und uns gemeinsam ein Stück treiben lässt, weil Ihr mir beigebracht habt, dass es an mir nicht ist, auf Eurem Boot Reinschiff zu machen oder gar den Kurs zu manipulieren. Wenn gleich ich hier zwei Rettungsringe stets parat habe. Töchtern Raum geben, sich frei zu schwimmen. Dabei lernen Mütter manchmal, zumindest ansatzweise, sich selbst zu befreien.